so für mich heute der absolute fug des monats und zwar ich habe mir max pain 2 für die xbox 360 geholt also als download gab es halt im sonderangebot und das schlimme an der ganze sache ist es ging erst mal anderthalb wochen nicht fertig mit laden also zwölf prozent vor schluss und jetzt kommt der knaller ich kann das nicht mehr mit meinem hd monitor zocken nein ich muss das spiel mit einem rgb kabel an den alten fernseher oder so zocken es ist der letzte dreck für mich der mega fug des monats und ich schiebe nur noch hass auf microsoft könnt austicken so ich werde erstmal eine runde xbox socken